Heute in diesem Video beantworten wir fünf Fragen zu der Rechtsform GmbH. Nein, also der Gesellschafter und der Geschäftsführer können zwei verschiedene Personen sein bei der GmbH. In der Regel ist der Gesellschafter auch der Geschäftsführer. Da sagt man dann eben auch der Gesellschafter-Geschäftsführer. Aber ich kann natürlich auch einen Fremdgeschäftsführer einstellen. Wenn ich eine GmbH gründe oder mit mehreren Personen eine GmbH gründe, muss nicht jeder Gesellschafter-Geschäftsführer sein. Es reicht, einen Geschäftsführer zu bestellen. Natürlich kann man mehr als einen bestellen, aber Gesellschafter und Geschäftsführer muss nicht personenidentisch sein. Nein, ich brauche keine Mitarbeiter, um eine GmbH zu gründen. Es reicht eine Person, sage ich mal. Ich kann eine Ein-Personen-GmbH gründen. Also ich kann Gesellschafter und Geschäftsführer sein und das Geschäft komplett alleine betreiben. Ich brauche keine Mitarbeiteranzahlen. Welche Voraussetzungen es gibt, um eine GmbH zu gründen? Dazu habe ich auch schon mal ein Video gemacht. Tipps zur GmbH-Gründung, schaut euch das gerne an. Wir blenden es euch jetzt hier auf jeden Fall mal ein. Aber nochmal so im Groben, ich brauche eben mindestens bei einer GmbH die 12.500, also eine hälftige Einzahlung brauche ich mindestens. In der Regel empfehlen wir aber die 25.000 voll zu machen und dann läuft eine GmbH-Gründung immer über den Notar. Also eine notarielle Beurkundung, er meldet es dann beim Handelsregister an, ich muss das Geld einzahlen. Und erst, wenn ich eingetragen bin, erst dann habe ich die vollwertige GmbH nicht mehr im Gründungsstadium. Und diese Schritte sollte man auch wirklich sauber machen und rechtlich auch beachten, damit ich dann eben, das ist ja das Schöne bei der GmbH, keine persönliche Haftung mehr habe als Gesellschafter. Wenn die GmbH pleite geht, ja oder sagen wir mal besser gesagt, was passiert, wenn ich in der GmbH insolvent gehe, da muss ich eben ein bisschen aufpassen, wenn ich der Geschäftsführer bin, dass ich da eben alles ordentlich mache. Weil wir haben, haben wir gerade in der Frage vorher beantwortet, ja eigentlich das Schöne an der Rechtsform der GmbH ist, dass ich privat als Gesellschafter nicht mehr hafte mit meinem Vermögen, weil die Gesellschaft mit beschränkter Haftung, der Name ist aber ein bisschen irreführend, weil die Gesellschaft haftet mit dem ganzen Vermögen, aber die Gesellschafter haften nicht mit dem Privatvermögen. Es sei denn, ich bin nicht nur Gesellschafter, sondern auch Geschäftsführer, was in der Praxis ja sehr oft der Fall ist, wie ich in meiner GmbH zum Beispiel auch. Und wenn ich als Geschäftsführer aber zu spät einen Insolvenzantrag stelle und insolvent ist man in der Regel eher bei Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung, also da gibt es feste Regeln in der Insolvenzordnung und den Insolvenzantrag zu spät stelle und Gläubiger dadurch schädige, also Inhaltsverschleppung, BG, dann ist das kein Spaß. Also da sollte ich wirklich aufpassen, weil da kann ich dann eben bis in die private Haftung doch wieder reinkommen, nicht als Gesellschafter, sondern als Geschäftsführer und unter Umständen, je nachdem wie die Beträge sind und wie der Sachverhalt dann ist, kann es sogar bis zur Gefängnisstrafe führen. Also wenn die GmbH pleite geht, soll ich da rechtzeitig auf jeden Fall die notwendigen Schritte einleiten und wenn ich eine GmbH einfach wieder auflösen will, ohne dass die jetzt irgendwie eben pleite geht und Gläubiger schädigt, dann muss ich eben so eine GmbH abmelden über den Notar, habe dann so ein Liquidationsjahr, aber auch da gibt es eine schnellere Variante, wie ich so eine GmbH schneller wieder auflösen kann. Und das muss man im Einzelfall aber dann mit dem richtigen Berater auch auf jeden Fall besprechen, um hier die beste Lösung für den Einzelfall am Ende des Tages umzusetzen. Nein, auch das muss ich nicht. Also ich brauche weder Mitarbeiter, noch muss ich mir als Geschäftsführer ein Gehalt auszahlen. Also wenn ich eine Ein-Personen-GmbH einfach gründe, ich bin Gesellschafter, ich bin Geschäftsführer und ich mache das Business erstmal komplett alleine. Im Gegenteil, es ist sogar oft in der Praxis der Fall, dass ich mir kein Gehalt zahle, weil ich will ja erstmal Vermögen aufbauen in der GmbH. Also ich muss mir kein Gehalt geben, es gibt auch nie Probleme mit dem Finanzamt, wenn es kein Gehalt oder ein zu niedriges Gehalt gibt, da gibt es keine Probleme mit dem Finanzamt, sondern es gibt nur Probleme mit dem Finanzamt, wenn ich mir als Geschäftsführer ein zu hohes Gehalt zahle. Aber das ist ja gegen unsere Steuerstrategie, da gibt es bessere Möglichkeiten. Deswegen, ich muss mir kein Gehalt zahlen, sollte ich im Einzelfall dann eh, aber auch da individuell prüfen, je nachdem wie der Bedarf ist, der persönliche Bedarf ist. Macht auch ein Gehalt manchmal keinen Sinn, manchmal aber eben dann doch. Die Kapitalrücklage in der GmbH, die kann aus mehreren Wegen entstehen, sage ich mal, zum Beispiel bei einer Umwandlung kann das passieren, aber auch wenn ich nach der Gründung Geld in meine GmbH einlege, sozusagen dann nicht ins Stammkapital, weil um eine GmbH zu gründen, brauche ich eben diese 25.000. Da empfehlen wir auch immer die Volleinzahlung, auch wenn eine hälftige Einzahlung geht. UG ist ja die kleine Form der GmbH, besser nicht machen, das macht meistens gar keinen Sinn, aber wenn ich mehr einzahlen will, macht das auch nicht so viel Sinn, über den 25.000 hier Geld reinzuschießen, sondern nach der Gründung mindestens die 25.000. Es gibt, außer es gibt irgendwelche Gründe, dass ich eine bessere Eigenkapitalquote für die Bank, ganz einzelne Spezialfälle, da kann es mal Sinn machen, in der Regel 25.000 und wenn ich danach Geld einzahlen will, kann ich das über ein Darlehen machen, aber ich kann es auch in die Kapitalrücklage einstellen, wenn ich zusätzlich Geld einzahlen will oder die entsteht eben durch eine Umwandlung. Und die Kapitalrücklage darf man dann eben nicht falsch verstehen, das Geld ist dort nicht gefangen, sondern ich komme natürlich jederzeit an das Geld wieder ran, aber steuerlich gesehen muss man da die Verwendungsreihenfolge vom steuerlichen Einlagekonto beachten. Wollen wir jetzt nicht in die Tiefe reingehen, das würde das Video jetzt sprengen, sondern was ist damit gemeint? Ihr könnt euch merken, naja, ich kann die Kapitalrücklage steuerfrei wieder ausschütten, das ist ja schon mal ein versteuertes Geld, was ich dort eingelegt habe oder durch die Umwandlung eingelegt habe, aber ich muss erst vorher alle Gewinne ausschütten, alle steuerpflichtigen Gewinne. Deswegen ist die Kapitalrücklage in der Praxis meistens nicht so zu empfehlen, weil ich schwerer rankomme, wie zum Beispiel, wenn ich das Geld als Darlehen in die GmbH gebe. Aber ich komme wieder ran, vor allem wenn die GmbH jetzt keine Gewinne oder Gewinnvorträge hat, kann ich das eben aus dem steuerlichen Einlagekonto steuerfrei wieder ausschütten bis maximal zum Stammkapital, weil das Stammkapital darf ich natürlich nicht ausschütten, wenn es 25.000 ist. Und wenn du noch weitere Fragen zu GmbH oder zu anderen steuerstrategischen Themen hast, dann schreib uns die gerne in die Kommentare, wir lesen uns die alle durch und werden da in der Zukunft wieder ein Video dazu machen. Wenn du aber sonst steuerstrategische Fragen hast oder die Frage hast, ob eine GmbH in deinem Fall sinnvoll ist oder du hast vielleicht auch schon eine Firma, ein Unternehmen und willst das umwandeln in eine GmbH, dann melde dich gerne bei uns. Denn wir beraten dich steuerstrategisch, welche Rechtsform in deinem Fall sinnvoll ist, ob das eine GmbH ist, ob das vielleicht andere Rechtsformen sind, beraten dich zu deiner optimalen Struktur, damit du steuerlich besser aufgestellt bist und dein Vermögen besser geschützt ist, setzen das Ganze selbstverständlich mit dir um und betreuen dich auch langfristig vom Finanzamt. Die Kontaktdaten der Kanzlei ist hier eingeblendet, melde dich gerne bei uns und lass auch deine Steuern in Zukunft mit uns gemeinsam optimal steuern. Die Kontaktdaten der Kanzlei ist hier eine GmbH.